Am Montag ging es in die HDI Arena in Hannover. Zur Zeit gab es in der Nähe auch ein Oktoberfest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Endlich waren unsere Haudingen in der Innenverteidigung. Georg Markreiter und Asker Sörensen wieder fit und dabei. Schon in der dritten Minute machte Georg Markreiter das 0 zu 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 5 5 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 12 6 10 10 10 12 10 10 11 11 12 14 25 15 15 20 15 15 15 16 20 15 unser Klub mit Einsatz und Geschlossenheit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. Am Ende drehte die Hannoveranische Mannschaft noch ihre Stadionrunde. Leider waren da schon viele Fenster gegangen. Finde ich nicht gut. Gerade wenn sich die Mannschaft in einem Leistungsloch befindet, sollte man sie unterstützen. Untertitelung des ZDF, 2020